Hallo und herzlich willkommen zurück zu CSGO mit den gleichen Leuten wie immer und warum sage ich das eigentlich noch so euphorisch? Weil ihr seid alle scheiße. Ich war neutral. Dead Aim? Hatt ab, ich fühl dich da lang. Alle in einen Weg? Habt ihr alle einen Smog? Nein. Diesmal in der ersten Runde nicht, ne? Das ist direkt links rum. Weil, wisst ihr, Dennis, Dennis hier gerade brauchen viele Smogs. Ja, bei der ersten Runde brauchen wir das nicht. Einer bitte hinten safen. Okay, dann mach ich das. Hä? Ja, jetzt hier zwei Tunnel, zwei Tunnel, zwei Tunnel. Leg doch die Bombe! Ja, ich muss erstmal da hinlaufen. Boah, die kann man gut safen, die Bombe. Meister. Einer muss Tunnel auch in Sicht haben, ne? Zwei andere Tunnel. Okay. Was Dante heißen? Dante? Bin geflasht. Da kommen welche! Tunnel! Jawoll! Good job! Nice. Warst du bei mir drauf? Nein. Nein! Warst du bei mir drauf? Im Sprung! Ja, ich war bei Alex drauf. Im Sprung eingegeben, ey. Ja, der war angefragt. Ich mach nochmal ECO für noch. Ja, aber trotzdem Handy. Nein, nicht nochmal ECO, oder? Nein, Dennis, ich liebe dich. Da bist du viel Geld. Ich hab ne Rauchgranate mitgenommen. Lass dasselbe mal nochmal machen. Weißt du, die sind wieder so dumm? Ja. Ja. Ah, ne, genau, ne Rauchgranate nehm ich mit. Rauchgranate? Okay. Einer smogt rechts den Gang. Direkt. Was als auch? Rückzug! Rückzug! Die Bombe liegt da jetzt. Das ist scheiße. Womit du da scheiß Schrotze, ne? Gut, Leute. Ich bräuchte mal hier Hilfe! Alex ist noch da. Ich bin noch da. Okay. Ich hab wirklich nur noch ein HP. Go, Dennis. Ich glaub an dich. Kannst du irgendwie... Oh man, ne, mit seiner scheiß Schrotze, alter. Ey, er geht mir einfach direkt ein. Mit der scheiß Mac, alter. Hä, wo war er denn jetzt? Wird ich angeschossen hat. Links auf jeden Fall. Guck mal hier von 30. Die sind eh an der Bombe. Ja, sorry Leute, aber... Get saved, get saved. Oh, lol, alter! Ja, nah gut gemacht. LOL! Get saved, wie ist er? Ich hab 1 HP, man. Wie soll ich denn vor dem wegrennen? Laufen? Also, benutzer für VASD und springen vielleicht noch ab und zu. Weißt du nicht, was du so benutzt? Ihr habt grade... Ihr habt euch grade drüber aufgeregt, dass ich ne Farmer safe will. Das ist die gleiche Scheiße mit der Galil. What the fuck. Eine Galil ist cooler. Oh man. Äh, lass mal rechts rum. Ich find Galil auch besser. Aber wir haben eine Smoke, dass die uns nicht mit AWP holen können und gehen dann rechts die Treppe hoch. Was? Weiß jeder, wo die Treppe ist? Ich bin doch nicht Jesus, ich kenn ihn überhaupt noch nicht mal. Du bist nicht Jesus? Nein. Schade. Aber ich hab die Treppe gefunden. Wir müssen hier raus. Ja, warum bleiben wir alle stehen hier? Da die Sniper, jetzt mal bitte an der Arbeit gehen. Wo bin ich hier? Junge! Da liegt ne AWP Dennis. Da liegt ne AWP Dennis. Da liegt ne AWP Dennis. Ja, ich bin tot. 79 in 3. Alter, da ist ja total Scheiße dank zu gehen. Was ist denn, ihr sehen war das? Bist du da rechts? Pass auf. Einer ist im Tunnel mit... Rechts ist... Aave. Wie links? Ja, den links hast du gar nicht gesehen. Das war ne Scheiß-Taktik Dennis. Ja, der hat dann klappen können. Hat dort's erstmal reingerissen, nur. Lass mal, äh... Wir müssen zur A, die... Ja, aber die Smoken, da gab ich auch so. Die eine Smoken war von denen grad, ne? Ich werfe rechts Smoke gang. Ja, okay. Ja, die werfen... Die machen das gut. Wir haben da eine Smoke hin. Das kacke. Wir warten hier, wir warten hier. Die kommen gleich, glaub ich, eh vorgeprescht. Stellt euch nicht hinter den Smoke, ne? Ist doch klar, dass die da durchschießen. Die schießen da voll durch. Aber ich bin zuerst. Guck, Aave. Einer von denen hat, ja. Aber er passt doch. Sag doch, dass da bitte ein Sniper ist. Ich lauf ihn direkt in der Arme. Ich dachte nur von... Nein! Von wo? Geh, geh zu B, geh zu B! Lol Alex, warum läufst du den langen Weg? Du hast keine Zeit mehr dafür. Oh mein Gott! Der Frack hat mich gekillt, ohne Spaß. Ich konnte mich nicht berufen. Lass mal Alex. Nice. Da noch die AWP, da liegt ne AWP. Hook links direkt. Schnell, du musst vor, du musst vor, du musst vor. Du hast nicht mehr so viel Zeit. Ne Messer! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Das geht noch, das geht noch! Das geht noch, sauber, nice. Kommt direkt. Geh da ganz hinten hin. Ich kenn die Löppen nicht, Alter, ohne Spaß. Nice, Alter. Da siehst du den Gabini, oder? Da war er. Nein! Du guck dich, duck dich, duck dich! Der geht runter! Oh mein Gott! Oh fuck, Alter! Was, oh mein Gott, Dante! Du bist immer abgeschottet von uns! Genau, das ist das! Was? Hättest du da verkommen lassen müssen, oder nicht? Ja, in dem Moment denkt man halt nicht dran. Ich... Ich hab's doch gesagt. Das macht einen guten Spieler aus. Nein, das war ja so ganz gut, aber... Ja. Hat es eben halt auch noch wenig HP. Das hätte ich vielleicht ein bisschen nervös gemacht. Ja, wie soll man das? Die machen das gut. Wir müssen das ja auch machen. Wir müssen auf jeden Fall den Gang smoken. Damit die da nicht durchhängen gleich. Ja, erst mal, wo lang überhaupt? Boah, wer wirft mir denn jetzt die Bombe zu? Was? Der Typ ist auf K. Alex, warum ist der auf K? Ich bin nicht auf K. Batman ist tot. Sie haben Batman getötet. Nein, ich bin so ein Vollidiot. Warum renne ich da auch so raus? Weiß ich nicht. Da liegt ne AWP, Alex. Ja. 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 Hat sie erledigt. Wir laufen nicht alle gemeinsam. Ja, ich lauf da oben noch nicht raus. Ja, wenn wir alle zusammen rauslaufen, würden wir nicht alle gekillt werden. Das stimmt. Hilf ihm. Boah, der ist so dumm, ne? Nein. Ich hab grad schon mal gesagt, dieser Gang, dieser Weg ist scheiße, aber... Ja, aber den anderen Weg können wir auch nicht machen, weil die da immer ne Smoke hinwerfen. Leckt der Test gerade? Nein. Lass uns doch... Die werfen da ne Smoke hin und dann verschwinden die da hundertprozentig. Das sind Silbertypen. Nein. Nein, die stand noch vor der Baulierung. Wir auch, halt. Hm. Ja, aber wir haben Leute, die höher sind. Haben wir das? Zum Beispiel? Ja. Yolo, äh, die Bomber. Komm und da einfach mal alle durch und dann immer noch nicht killt. Ja, komm, go. Okay. Krawal regelt. Junge! Er holt mich durch die Tür. Oh, tschuldigung. Man! Stopp, stopp! Oh, shit. Jungen. Krawal, tschuldigung. Du hast noch heute hier. Hat sie keine Lust die Bombe zu legen? Alex, leg die Bombe. Hey, du musst doch da hinten. I am bleeding Mom. Nice, Mama. Oh, Mann, ey. Kein Ding. Tür, geh da weg Alex, du wirst geholt. Der hat ne AWP. Der hat ne Scout. Er will trotzdem gleich go, er hat noch 7 AP. Ich spiele doch auf Zeit. Ihr müsst den Platz übrigens auch tauschen. Rechts kommt einer, rechts kommt einer Nice Alex, hast du nicht gesehen, dass ich mit einer Scout geholt worden bin? Doch Warum stellt sie sich dann lang? Ich hab das jetzt noch was sagen können, ne? Hättest du sofort so kurz gehen müssen Jetzt hast du natürlich immer eine gegeben, wenn das Ja, siehst du, so einfach geht das Und was war? Hinterm Rauch standen sie nicht Außer Marc, der mich abgeschossen hat Wenn wir einfach mal alle durchrennen, das ist doch nichts Aber wir vereinzelt durchrennen Dann werden wir alle an der Anzeige geholt Boah, Alter, ich bin grad so blind Warte Nimm die Abikur mit Boah, die hat er voll abbekommen Er haut mich durch der Smau ein Einer muss doch auch recht safen Warum sie... Könnt sie mir doch nicht erzählen, ey Dass er mich durch die Smau mit einer Scout trifft Ja Geh weg da, lass die kommen So'n Dings Wenn sie jetzt nicht dumm sind, kommen sie nicht Das wisst ihr schon, ne? Ja, aber wenn sie dumm sind, dann kommen sie Eine Minute habt ihr noch Mal kurz zu denen Der ist nix von hier Sollen wir B gehen? Ja Aber passt auf, dass ihr nicht mehr loswerdet Ohne Steps, ohne Steps bitte Ja, ihr habt nicht mehr so viel Zeit, dass ihr die ganze Zeit schleichen könnt Ja, ich wollt grad sagen Bitte, rush ich jetzt Bitte Bitte Komm raus Alex, safe von links, genau Pass auf, dass da keiner mit einer Scout steht Den hat es keiner gesehen? Den geilen Schuss hat es keiner gesehen? Nein, da ist noch einer von denen! Ah, es ist eh Ende Nimm die AWP bitte Okay, oder so Ja Leute, kommt schon Konzentrieren Weiter geht's Ich hab kein Geld mehr, kann mir liegen Ne Ja Was brauchst du? Mir einfach irgendwas, ich seh dich nicht mehr jetzt Danke Nochmal, nochmal, nochmal B jetzt Da stehen sie die ganze Zeit mit den Snipern Wenn wir da rausrennen, dann sind wir sowas von tot Aber nicht alle Also Wenn der überhaupt einen Wenn so viele kommt, weiß er nicht wie geht Ich hab zwei Sieben, weil wir das jetzt schon dreimal durchgezogen haben, so Zack, einer weg Alles klar Ja, als ob ich rastle dich aus Okay, gönn dir Los, ab zu B Ah ne, der Bomnträger ist bei Alter, wer läuft da so scheiße hoch? Das wirst du Marc, da steht einer in einem Double Doors Ja, ich weiß, was ich jetzt Ja, der hat nicht abgeschossen Entschuldigung Warum schießt du nicht ab? Weil ich da nicht reingekommen, weil da Barrels waren Bei mir waren Barrels Oh Gott Der ist weg Nice Okay Ey, ich dachte, der läuft durch der Dante Und ich dachte, der wäre mein Freund Ohohoh Mann, der Gegner Ich dachte, der wäre mein Verbündeter Ich dachte, der wäre mein Freund Wart aber nicht Marc, willst du den Hedgehog kassieren? Mach doch Okay 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 cool ich hab 3 8 läuft vor allem bei mir das war hart ne ja harter headshot auf jeden fall ja daneben gezielt beim nächsten maßen nicht so viel glück okay ich brachte euch ne wollte ich kurz erwähnen ja komm durch zwei rechts drei geradeaus ich bin durch links ist direkt einer was er so aus dem kopf ist gar keiner was das sind die sind auch dumm im kopf die muss mich auf 5000 Meter gehört haben was du mag mcL bei Double Doors ist einer okay das ganz hindurch ganz hindurch Marco die müssen nicht alleine schon gesehen haben wo du da rechts abgebohnt ist okay lass das einfach kommen wir bleiben natürlich stehen ich guck hier den Gang das ist ein der Gang der der Gang ist easy abzusichern da ist aber einer einer kommt noch Double Doors wenn der nicht bei mir jetzt weiter kommt er ist er ist durch gewesen er ist tot es ist aber noch einer da der ist Tunnel der ist Tunnel ich hab den 84 in 3 gegeben weil ich oh ich werd sterben ich hab den 3 2 9 ey läuft bei mir danke kein ding aber ob ich was reiße weiß ich nicht weil irgendwie reiß ich gerade gar nix du bist ne Niete siehst ein deine Fressen wascht ihr mal jetzt noch mal so da durch nehm mal noch mal die Bombe ja auch du hast da geholt das ist irgendwie Pech bei dir wascht mal durch und da steht wieder die AWP und dann hol ich mir den jetzt so ne Hineson Alter da holst du eh nicht kack du Walter da ist noch einer der wird schon wieder getroffen Leute dann wasch doch auch weiter durch Alex du stehst da noch vor den Double Doors ja aber wir wollen wir wollen durch waschen dann lass den Rechner es war auch sehr angeschossen tut mir leid Mann ey Junge das ist ein paar doch absichern das ist einfacher in der Tat gut Job wird doch Juhu also äh können wir jetzt mal bitte was abmachen durch waschen heißt durch waschen dass wir zum Bombenplatz gehen ja und nicht noch rechts äh den Gegner mitnehmen müssen das heißt dass ich durchrenne ja wir rennen alle durch aber ich bin vorne ok warte die Bombe ok es ist eigentlich egal wer von uns die Bombe hat oh lol Marco? das war außersehen ups Marco nein das hab ich die Bombe auf sich gemacht ich hätte ihn gekriegt ok jetzt müssen wir aber was anderes machen weil sonst Marco hat mich genippelt sonst hätte ich den bekommen ja ich habe immer jetzt einen schlechten Tag na und lass mich doch ich hab ja auch also keine Sorge der einzige ich bin sonst immer gut ja das war eine super idee mark wieso ich habe schon wieder einen gekriegt ihr kriegt doch keinen da war marco da ist noch einer dennis nice dennis ok dennis chrisse chrisse dennis chill 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 nice wir müssen hier durch hä wo ist die bombe ist hier oh loil ich bin links lang gegangen und die ist recht oh loil pass auf wo ist lang lang schade schade marco geht durch tunnel geht durch tunnel oder geht nach b loil junge ich habe kein bock mehr dennis du brauchst die bombe nice wo ist er links ok jetzt lauf einfach da es ist über die bombe drüber gesprungen nein gut passieren nein aber marco da kommt kein bock mehr hat er doch gesagt nicht lustig die aufnahme wo ich die ganze Zeit st also ich bin wieder da er kommt zurück boah alter dennis alter was ist mit los ja war auch meine schule bleibt da stehen bleibt da stehen bleibt das war ernst gemeint ja ich gebe dir na wp wenn du stehst egal aber für das steht mann marco halter der gewinnt der gewinnt loil schlecht ja ich wollte ihn nur ablenken er ist gestorben das ist okay alles okay alles easy neigst du kommende avp danke habe ich doch gesagt neigst du es ist gar nicht so schlecht für dich willst du in AK dann ja ne du musst ganz da hinten was willst du ja ja AK ist egal irgendwas nicht wie sagt du krieg du ich 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 mach es auf tatsächlich tatsächlich dass dann hier es sich es Seriously? Junge, ich bin die ganze Zeit drauf. Leute, Marco, geh weg da, geh weg da! Hast du platziert? Nice, Dennis! Ey, das gibt's doch nicht, ey. Die kommen von hinten, Tunnel. Tunnel, Tunnel, Tunnel! Ja, geil. Niiiice. Du hast vorhin noch gesagt, dass ein Sniper doch den Tunnel machen soll. Ja, aber Dennis ist grad da gewesen, deswegen. Get mentally wrecked. Hey, du hast doch gesehen, Dennis, der auf der Seite. Dann aber ruhig! Das sind drei Leute, meine Fresse. Zwei. Marc kann zählen. Das war recht entschlappert. Alter. Der ist eh da um die Ecke, der Wichser. Ja, dann lass es doch. Pst. Ich wusste es. Ja, was soll ich machen? Ich musste irgendwas machen. Durch Tunnel gehen? Ja. Ist so. Durch Tunnel wär viel schlimmer gewesen. Okay, Leute, Taktik. Ich kann nichts kaufen. Okay, dann hol ich mir jetzt ne MP7. Go, 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 Leute. Easy. Loll. Ich hab'n Rauch. Ich hab'n Penis. Toll. Let's go. Ich bin nicht. Marco. Komm mal zur Bombe. Es kommt rechts. einer durchgerusht. Noll. Loll. Ja, super, Marc. Du stehst genau in mir. Ich hab'n die Gente nicht gesagt. Die Gente nicht. Marco steht neben mir. Nö, nö, nö. Muss da bleiben, ne? Alter. Ohne Scheiß. Jetzt bin ich schuld, oder was? Okay. Klar. Lass mal rechts rum noch einmal irgendwas versuchen. Ich konnte nicht weg. Ich konnte nicht weg. Mhm, mhm, mhm. Jetzt bin ich schuld, klar. Okay. Oh, man, Marco ist schuld. Nächste Runde. Wir haben'n Bot, Jungs, ey. Marco ist schuld. Oh, das ist Bot Urban, Alter. Ja. Zweifel ist immer Marco schuld. Und der Bot hat sogar einen Assist, ey. Ja, spricht nicht für dich, Marc. Was?! Bin geflasht. Einfach zu beeinflussen. Ist... No, 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 no. Gönnt ihr, gönnt ihr. Gibt mir die Waffe. Ach, ich hab' die Bombe? Sag mir das doch einer. Ja, lauf doch. Na, fangen wir nicht. Von rechts kommt einer. Da ist der letzte Gang, oder? Nö. Doch. Der ist im Gang. Ist im Tunnel. Stopp, weg da. Dennis. Wollt' ihn holen, Mann. Gut. Der ist weg. Haha. Haha. Ich will jetzt lachen. Äh. Gott half, eigentlich, oder? Ich hab' den unten geholt. Hast du den draufmachen? Den fand ich echt extrem lustig. Ich war doch noch selber noch am Leben. Oh, oh. Schön. Raste aus, Alter. Raste unsch. Raste aus. Einfach mal so, lol? Das ist der Helikopter. Nö. Nö. Ja, tschuldigung. Ich hab' den. Nö, das ist ein Flugzeug. Ganz klar. Ich find' euch alle klasse. Hör, Alter. Oh, Marco, Alter. Er muss seinen Frust irgendwie durch, äh, schlechte Witze abbauen. Haha. Ja, sicher. Ich hab' keinen Frust. Nein. Übernicht. Okay, Marc. Wir regeln das jetzt, ja. Bayern. Wir regeln das. Wollt' du nicht B-11 als Offensiver schützen? Nein. Da, wo die gestanden haben? Das ist doch... Okay. Ich sag' nichts. Wurscht. Okay, komm, äh, links. Nice. Mach's auch mal was richtig. Junge, Alter. Ernsthaft? Warum seid ihr beide da in dem Gang? Weil er doch zu mir kann, du Pisser. Alter, ihr so doof, ne? Alter. Marco hat seine Tage. Nee, Alter. Kann ich einfach nicht verstehen. So'n Scheiß. Junge, er kam zu mir. Ich mein' doch gar nicht dich. Ja, ist ja gut. Ich mein' gar nicht dich. Ich hab' doch gesehen, dass du zuerst links standst. Boah, Dante. Dante kann gar nichts, ohne Spaß. Ja, kann er mit. Bisschen gesafed. Ich hab' dann halt angehittet. Nein, hat mich 87 gedrückt. Boah, Glückwunsch. Und jetzt? Boah, Marco, Alter. Aber was ist denn mit dir, Alter? Erstmal muten, ohne Spaß. Let's go. So, alles gleich jetzt nochmal so, ne? Sagst du mal deine Binde, Alter? Ohne Bins. So, Marco, da gehst du nicht lang. Ich fand's auch gut, oder? Ich geh, gehst du, Devildoss? Ich geh dann, äh, Long. Also den... Ja, okay. Das macht aber schon einer von euch Tunnel, oder? Ja, Tunnel bin ich doch, du Fisch. Mit, zu, zu, zwei Tunnel. Ja, okay. Einer! Hab' ich gesagt. Urban hab' ich erwischt. Einer von der... Schrollflinte. Ja, toll. Bord Urban, Alter. Wird das in Ordnung? Ja, die wollen verschieben nach B. Wollten wir kurz anwählen. Anwählen? Wir sind noch im Tunnel. Einer ist da, Marco. Zwei müssen da jetzt sein, sogar. Oh, tschuldigung. Alter, 14er. Da ist ja auch einer. Duck dich. Schön. Mommel liegt bei Marco. Alex! Hauptsache, er spielt mir nochmal in die Mitte durchs Bild. Mommel liegt bei Marco immer noch, ne? Ja, ich bin auch der. Und möglichst viel Team-Schaden von mir ab. Aber ich bin 56 ge... LOL. Ich fragte Marco, wer da? Wira? Ihr steigt nicht. Schei. Hahahaha. Rechts, Marco! Du Vollidiot. Ich habe den doch gesehen. Hehehehe. Hahahaha. Marko, du bist so prenen. Aber einfach dann nur... Hehehehe. Was denn, Alter. Wie wenns denn doch verschossen gehabt, Alter. Junge, da waren drei Leute. Hast du einen geholt? Zwei. Halt dich für'n Gerücht Index Assists gesammelt, Alter Weißt du, jetzt kriegt Marco auf einmal große Balls, ne? Boah, einmal richtig gut ist Alter, ohne Spaß, Alter, du bist sonst immer richtig mad, ne? Aber jetzt kriegst du auch auf einmal die dicksten Eier von uns Ich sag da nicht mehr was Doch, doch, Alter, ohne Spaß Du hast dich letztens beschwert, dass wir uns alle über dich lustig gemacht haben weil du so'n Scheiß-Ping hattest Äh, Punkte hattest Aber wen mag ich denn jetzt gerade lustig übernehmen? Ne Hab ich auch nicht Nein, tust du nicht Alex, verpiss dich da, gehst du damit aus? Weißt du, ganz im Ernst, wenigstens unterbreche ich nicht die Kommunikation Was ist denn halt mit dir? Wechsel mal damit hin, da hole Spaß Ich hab' immerhin was zu sein Ne, ist das so, ich sag's ja nur Raste komplett aus, weil ich nix sage Klar, du hast doch auch gerade genau sowas gesagt Ja, ist doch jetzt gut Ich hab's auf Band Ja, dann hör' wir uns gleich jetzt mal an Okay Da kommt einer Gehen die zu A? Oder gehen die zu B? Sind noch Tunnel Leul, Double Doors ist eine Alex, was deckst du? Wo deckst du denn mit? Ich hab' dir gesagt, du sollst auf Double Doors gucken Ja, jetzt gehen sie A Leul Oh man Meine Güche, warum sag ich denn bitte Decke Double Doors? Die gehen B, Mann Missgeburt Die sind alle von A gekommen Ja, warum haben die dann B geplanted, du Missgeburt? Weil du kacke bist Oh nein Scheiße Junge, die Dann B, die geht A Ich weiß was ich höre Ich hab' auch in der Zeit, wenn du Fisch Jetzt konzentrieren wir da, Leute Fabies Fabies Junge Mann, Alter Ich mach' eigentlich richtig einen auf Mad Mario, ohne Witz Oh man Was zum Teufel macht der Orangene da? Cut What the fuck, Alter Er kriegt den Assisten, der Bot Erwin schon wieder Wollt nicht B decken? Alex, du bleibst jetzt hier, ich weiß ich da was Irgendwie ist das Spaß Irgendwie ist das Spaß Geht doch mal nach B wieder, warum ist Orangene? Zum B Da kommt einer Alex, Double Doors, Double Doors Killing, killing, killing bitte, killing bitte Wenn der durchkommt Warte, die haben geschmockt den Tunnel, Alter, wo soll ich jetzt hingucken? Dennis, warum ne Nova? Bombe liegt, Bombe liegt Dein Geld Ich komme Bei Dennis ist noch einer Dennis kommt zu uns Boah, kannst du nicht zu uns kommen Dennis, ich klarte nach, ich klarte nach Ist schon, dass die auch verschieben können, oder? Ach ja, da liegt die Bombe Ich bin schon wieder tot, ey Nimm doch ne Waffe mit Wieso, Mann? Ich hab da eine Ich mein doch gar nicht dich, Alter Ja, jetzt bin ich auch mad, Mann Ich will dich nicht immer angesprochen Ich lass mich hier nicht in die Windel scheißen, das mach ich schon immer Ohne Scheiß Was ist heute wieder los, mit euch? Geh von meinem Spot runter Fisch, wer ist, wer ist Nila? Dennis Unglaublich Ja, Mann, was hat auch wieder erwischt Ach, Alter Es ist Was macht Orange eigentlich da jedes Mal? Er wartet immer, bis ich tot bin Jedes Mal Dennis, bleibst du bei A, oder was? Okay, okay, da hast du eine AWP irgendwo Ich kann halt auf dem Spot Alles schafft A schon Ich vertraut mich Denn es geht links weiter rum Da ja Und Totti Kills Und sehen die dich sofort Ich höre euch ab im Tunnel Gut Job, Alex, 20 Kills Lolle, sagst du ein Teil Tunnel, 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 Leute Ja, kommen die zu dir? Ja Ja, der Tunnel ist doch eine, der hat eine Spaltung, die können auch zu mir kommen Ich mach beides Was? Ich wird AWP'd Ich komm mit AWP Dennis, du brauchst nicht zu mir kommen Nein, Dennis brauchst du nicht Er brauchte erstmal eine andere Waffe Ja, okay, Dennis Guck links, guck links Nein, der plantet doch jetzt gleich Mach Dennis schon richtig Achso, okay Ah, jetzt macht das falsch Ne, er muss jetzt dahinter laufen, weil er AWP hat In AWP Und ZWOIL Was? Er hat meine Beine aufgefüllt Okay Cleverer Typ Hurensohn Alter Ich hab kein Geld Was gab's denn zum Mekeln? Was denn? Die zwei letzten Runden, also die inbegriffen dann zwei, die sind echt gut bei mir Hä, warum solltest du jetzt was zum Mekeln geben? Weil du es irgendwie darüber geäußert hast Ich hab Alter gesagt Hab ich dir jetzt was drüber gesagt? Ja, Alter ist schon ein negatives Wort Ist so Das sagt, dass jemand alt ist, ohne Spaß Ach, Mark, du bist echt ein Witzbold Das war kein Scherz Alex, lass das Ich drück dir eine Kugel im Kopf, das weißt du, ne? Da ist jemand drin, das lass ich dir mal, ne? Weil ich hab keine Weile Ja, ich weiß nicht, ob er rauskommt Was für eine Augenstelle hier? Warum geht der nicht einmal zu B? Ist doch okay Nein, das ist nicht Hat sich gereimt Doch, das ist völlig okay, weil bei uns gerade Jetzt kommt der AWP unter uns Ich hab doch gesagt, die sind bei B So, wir müssen defensiver bleiben Die waren bis gerade eben nicht bei B Wir sagen schon, wenn die bei B sind Der eine rennt wieder zurück Die sind doch bei B oder nicht? Die sind, nein, die sind kurz vor Dennis da irgendwo unten Ja, da Nein! Nein! Na jetzt 4HP durch Falscher Ob ich noch Entschuldigung Du bist so Alter Man hat den Namen nicht gesehen Ja, aber man sieht doch, dass der schwarz gekleidet ist Meinst du, es hat sich minimiert Das sieht man da nicht Bin ich tot? Nein! Aber da kommt einer zu dir Durch den Tunnel Wie wäre es so ein Entschuldigung? Ich weiß nicht, dass das ein Entschuld war Das war glaube ich einer Ich meine schon Hat der gerade den Das war Marco oder? Ja Was hat er da reingemacht? Was hat er gemacht? Ich glaube er hat ha 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 und dann irgendwas gesagt haben Ja ne, er hat den singenden Peter das sagen lassen Ja ja Ja, aber was denn? Ha 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 Die Aufnahme ist versaut Achso Wow, lustig Ha ha ha, ich ficke deine Mutter Das will ich sehen Er weiß nicht, falls wo er wohnt Falk mal BetaCripeMoney Ja, der sagt ja auch, ich wohne in Hessen Also bitte Ich wohne hier auch in Hessen Hat er gut erkannt Ich glaube auch Da war einer Einer aus Tunnel, Alex Na acht Na acht Och man, Alter Da kommt noch einer Einer kommt noch damit aus, Alex Kommt in die A Wer ist denn von euch jetzt so mega weit vor gerusht? Ich nicht Dennis Der andere kommt wieder rüber Der andere kommt wieder rüber Der andere kommt wieder rüber Dennis Ja, können wir nicht mal irgendwie unsere Position Wir verschieben auf jeder Map Verschieben wir unsere Position immer an Statt dir beizubehalten Hä? Geht unter Terrorist So, alles ok Gut, dass ich und Alex uns gleichzeitig abgeschossen haben Und danach haben wir die Gegner Hab ich die Gegner Türen Ja, ich lass Alex noch nicht meine Chance Das war nicht meine Intention, Alex Oh, wer bleibt denn da stehen, ey, Orange Jetzt wechselt Marco aus an der Position Was ist denn mit dir? Ja, wenn wir alle nicht bei der Position bleiben Tu ich doch Ich red auch nicht Ich red auch nicht mit dir Ja, ich hab aber keinen Bock jedes Mal da geholt zu werden Bestimmt Mit der kriegt ja, ne? Ja, ok, ok Die kommen jetzt übrigens A Ach man ey Ja Das ist deren Runde Warum? Weil jetzt der A kommen und da noch einer steht von uns Weil die sind halt B, die waren doch alle bei A Ich hau ja ab, sonst werde ich getötet Ok Sonst hat Batman Ich treff aber auch im Moment gar nichts, ne? Ich hab grad Als der Typ auf mich zugelaufen ist, hab ich nicht getroffen Sonst Ich wärs jetzt eigentlich gut getroffen, ihr seid Aber, aber, guck, Dennis ist genauso schlecht wie ich Ja Das ist richtig Halte ich, halte ich für'n Gerücht Aber egal wie gewinnen, wir sind fürs Team da, Marco Fürs Team, fürs Team Fürs Team Also ich muss schon sagen Boah, Alter, so ne Runde hatte ich schon lange nicht mehr so ne schlechte Der Hubschrauber ist dermaßen schlecht animiert, das geht gar nicht Du bist wahrscheinlich heute der einzige, der auf den Hubschrauber achtet Also der Hubschrauber an sich ist gut okay, aber der Schatten ist richtig minderwertig Null Die sind unter Alle Die sind, äh, in diesem Tunnel unten, wo wenige hingegangen sind, weil der Weg schlecht ist, so Bei A ist einer, Tunnel Kommt bei DoubleDoss raus Wieso bin ich da Alter, jetzt waren sie irgendwie überall Überhaupt keine Chance gehabt Warte mal, nur noch der Bot? Der ist unten Äh, da war, da, Mark, da unten war der Okay Der kommt unten Schon nicht Das war schlecht Was hat der hohen Sohn gesagt? Oh mein Gott Ich kann mir schon wehren nichts leisten We're waiting time, let's go! We're waiting time, let's go! Da kommt einer links, Marco Geh, geh links gegen mich, da ist einer Ja, ich hab nur ne Piste, ne? Und... Anna ist tot Dann... Kommt von hinten, dass er dich getötet hat Der kommt nach B, Dennis Mir ist keiner B Ne, der kommt von hinten nach B Alter, jetzt bin ich schon so schlecht, dass ich... Das gibt's gar nicht, dass ich den... Woher war's er das denn? Jetzt Okay, dann kommt er nicht lang Wir gehen eh zu B Einer wird jetzt nochmal rumkommen Und nicht... Oder? Ne, du nicht Also willst er also nicht mehr? Scheiße Links Kommt durch Tunnel hinter dir Ja sicher Ich hab 93 gemacht, cool, ne? Screenshot Okay, jetzt nochmal anstrengend, kommt Jungs, das schaffen wir Ich hab kein Geld Do not be afraid, let's go Okay, halt mal bitte für B hier vorne, okay? Nicht zu weit rausgehen, ihr geht viel zu weit raus, finde ich Okay, ich bleib hier Dankeschön Okay, bleibt da alle Ja, klar, als ob... Na ja, wenn... Guck, du Double-Doss, Marco Okay Wir nehmen jetzt niemanden CSG mal wieder Nice Alex Nice Alex Marco, hast du einen Step gemacht? Nein Bommel ich B Einer ist noch hier im Tunnel Ähm, semi-Sniper ist im Tunnel, geht Richtung B Also von hinten Da sind beide Chill Alex Ach, äh... Einfach über die Bombe Also hinter dir, die anderen Hinter dir Die können nicht hinter mir kommen Dann links da Der andere ist noch am Tunnel gewesen Kommt jetzt erst Links Links wahrscheinlich Alex Ich wusste, dass er zoomt Ich dachte, er zoomt aber auf Alex Wieso geht ihr denn raus? Oh, good job Pfff Und jetzt? Mach mal dasselbe nochmal Ja, aber nicht Ball spielen Wenn Dennis stehen geblieben wäre, hätte die den bekommen Dann hätte er alles hier nämlich abknallen können Wow You like it Hat seinen ersten Ace geschafft Wenn das sehen müsste, aber das ist auch richtig schwierig, muss ich sagen Wir smoken gar nicht hierzu, wir hätten das genauso machen müssen Hier kommt einer Dann habe ich aber auch überhaupt gar keinen Bock mehr an das anzusagen Junge, wieso... Ich habe einseitig in 3 auf dem Tunnel kommt einer, Marco Nice, Marco Nice, Marco Nice, Marco What the fuck, Alter? You like it wieder mit der scheiß Semi-Sniper, ey Bleib doch einfach da jetzt Wieso geht ihr immer raus, wenn ihr den Semi-Sniper hat? Die Bombe liegt da, ne? Bei B Äh, bei A Dann lass sie doch die Bombe nehmen und planten Ja, dann planten sie bei A Ja, aber hier müssen nicht alle reinrennen Alex ist einfach reingerannt Guck links Ja Dann ist rein Dann ist rein Jetzt, jetzt Dann ist Nice Als ob ich ihn nicht, erst nicht treffe Schieß mich eiskalten Mark ab, Alter Hey, hab ich doch gar nicht Was kam jetzt erst bei ihm an? Achso, das war voll zehn Runden, man Schön war deine Basis Das war so ne harte Celle für ihn Das war so... Boah Celle Celle Mach mal bitte jetzt einer Gang Und ich smoke da hinten Ich hab kein Geld für smoke Ich hab kein Geld für smoke Ich auch nicht Hat keiner ne smoke von euch? Kein Geld Ich hab kein Geld dafür Ja, mein ich ja Das reicht ja Marco, ich camp jetzt mal defensiv, ok? Also direkt ganz hier hinten Das gibt's gar nicht, ey Er mit seiner Huren so nen Auto-Sniper, ne? Einfach safe stehen Ja, ich stand safe, weil er mich irgendwie erwischt Ja, dann machst du jetzt halt genug Gut so Alex, gut so Marco Bombe liegt, Gang Der da, wo ich bin? Nee, bei mir direkt davor Ja, aber ich kann den davon hier jetzt decken Ja Alex, ey Gut geholt noch Dann steh ich jetzt hier Genau da, wo Alex jetzt ist Alex, schließt den Kopf, wenn du mich nochmal weiter anpisst Stell dich dann jetzt so hin Stell dich dann jetzt so hin Ja Ok Full AP? Weiß ich nicht Gar, die Zeit ist noch von unserer Seite Glaub nicht Ey, wenn wir die auch noch gewinnen, ne? Dann sind wir so lucky Ja, ich bin einfach Ich bin einfach zu dumm Ich bin diese Runde so schlecht, wenn wir gleich nicht noch ein Rematch machen und ich so schl Wenn ich wieder so schlecht bin, dann deinstallier ich das, äh Game, ne? Der ist da, der ist da Ist tot Danke, da kommt noch einer, noch einer, noch einer Jetzt! Alex, guck auf Double Doors Der kann nur noch von Double Doors Guck auf, äh, die Da ist er, da ist er Ah, fuck Der geht eh zu B Der muss planen Er hätte leise sein sollen, ich hab nichts gehört Lass es, lass es, lass es Jetzt! Da, da Ja Oh Ich hab gesagt, lass es Ja Ich dachte, das geht zu B Wir alle haben gesagt, lass es Nein, äh Hä? Ja, doch im Granzen wir noch, da geht eh B Jetzt hol, hol mal einer, bitte noch eine Smoke, bitte Kein Geld Ja, ihr könnt, ja dann kauft euch erst eine Smoke Ja, ich hab eine Smoke, aber dafür überhaupt keine Waffe Junge Junge, was? Warum glaubst du am Spawn stehen? Weil ich mir eine Smoke holen wollte Mann, wirf jetzt in den Gang auf jeden Fall Ja, er ist im Gang Ich hab aber keine Waffe jetzt, ne, also Wenn die mich hier rächen, bin ich tot Ja, dann musst du so regeln LOL Wieso kommt Orangen hier hin, ich mag den nicht Geh nach B rüber, okay, Marco Smoke hört auf Jo, meine ebenfalls Da kommt er durch, da kommt er durch Ich bin nach B gegangen jetzt Scheiße, 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 das ist nur der Bot, glaub ich Egal, komm, geht wieder auf eure Position, komm Hat der, hat der ne Waffe? Ja Ich bin, ich bin bei dir bei Dennis, Dennis Ich geh mir um, also Geh da mal auf Hey, warum, willst du keine Waffe? Ich liebe dich Ah, danke Hier kommt einer, Dennis Konzentrieren Einer Zwei Willkommen Ok, mal, komm, sind wir ein Verschiedenes Chill erstmal Bleib da Wir chillen einfach, die Wunde, wir haben Zeit Was? Wie er es weiß Zwei, zwei Drei Stück B Er weiß es, er hat's gewusst Alex auf Grimmsch Alter Ich hab ihn dreiundfünfzig in zwei gegeben Rastet er aus? Wer... Wer rastet hier aus? Meine Mama Warum? Weil Kaiser Laudes oder ich, keine Ahnung Erstmal richtig hart ausrasten Ja, ach Geil Geil Mami, du like ihn auf einmal drücken Acht auf die Launch Ziehen steht da auch Ja So, ich hab jetzt Dennis deinen Rat befolgt Was denn? Der Smoke zuerst gekauft Ja, wirfst du die im, äh... Stangen Wir werden die Runde jetzt eh verkacken, weil ich mir schon wieder keine Waffe leisten konnte Deine Mutter! Ohne Spaß! Nein Alex holt sie jetzt alle Nein Dein Team lässt uns durch, komm Nein Ja, nicht so weit, aber schon Marco macht Hilfe, ne, noch nicht mehr Oh lol Da war einer Komm, 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 komm Hol die, hol die Ich hab einen bekommen Ja, ich hab auch einen bekommen Ja, ich hab auch einen bekommen Die Bommelichter, der geht noch weg Komm Leute, ich bin noch gewinnen, komm, bitte Der ist da, der ist da, der ist da Der ist da, der ist da Go! Go, er soll reingehen Der wechselt die Waffen Ja, oh mein Gott Was der f*** Ich hab dir gesagt, Mann für RIP Ja, mein, ein Unentschieden Hauptsache etwas Aber war ein bisschen scheiße gespielt Ja, ich bin einfach so schlecht Ich hab 14, 27, ey Elfes ist heiß kalt, Alter Elfes ist Na ja, das war's von dieser Runde Danke fürs Zuschauen Haut da rein Verpasst euch